Der hat mich wieder kaputt gemacht. Ich hab was in den Pillar genommen. Ja, ja. Unglaublich. Jetzt gehen wir zu links. Oh, das freundeportal. Mit drin! Oh, ja. Oh, je. Okay, ist ein Schlag. Oh, ich komm hier echt hoch. Scheiße, ich komm hier wirklich hoch. Okay, komm auf. Okay, hier ist eine Rakete. Oh, jetzt schimm ich nochmal die ganzen Raketen. Ah, hier ganz oben hab ich die Satelliten. Schließlich. Äh, ab. Okay. Aber für mich ist hier nichts zu tun. Also muss ich irgendwo anders dahin. Verdammt. Das war deine Aufgabe. Okay. 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 Ich hab viermal weiter. Ja. Banane 777. Aber wie soll ich dir abrüber? Ich glaub, du musst dir kommen. Und das hier in der Bühne kommen. Ja, ja. Ja, das ist neugierig. Ja, ja, das ist neugierig. Ja, das ist neugierig. weg kaum mehr warum er da richtig wegschmeißen kann weiß noch nicht wie ich dann weiterkommt wie ich dann da hochkriegen wahrscheinlich oder ich muss mich ganz gewann mal ich glaube umgekehrt weil ich mache mich dann oben fett und kann die federn unterdrücken hat einen moment bin noch nicht da ich bin kein floh ach du scheiße ok ich habe noch mal ich komme nicht hin irgendwas stimmt hier nicht komme ich hin vielleicht auch umgekehrt darüber aber wie komme ich da jetzt auch ok 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 ja woher ist die stadt war da genommen haben müssen muss mich fett machen sonst kommst du nicht hoch ich habe dein fluss hochgefallen wie gemein nein ich bin nicht runter ich muss noch mal kommen ich hab's nicht geschafft weil ich zu fett bin jetzt meine ausrede auf alles also stimmt du bist ja schon oben wobei ich könnte ja jetzt mal gucken was jetzt passiert wenn das ist ja noch völlig losgelöst nein da bist ja schon ja da sind eher polster statt kissen ich muss hier rein ins kleine ich gehe wieder groß ich will wieder groß waren bleiben wir noch größer werden okay nein großes groß sein ist es nicht ich wollte aber rb ich hab doch rb gedrückt jetzt die du hängst wieder unten ich will das andere irgendwie stimmt doch was nicht ich bin falsch oder du mal dann tue so okay ich bin ich bin jetzt an dem ding ich kann mich ich kann mich schon wieder schrumpfen und reingehen sehr gut ich schieb schon mal rein alle machst du gut warte mal das ist das ist das das kenne ich doch von red bull das hat er doch auch gemacht dass er dass er da fast aus dem weltall gesprungen ist er ist runtergefallen vielleicht fliegt die erde die auch entgegen also darüber nachgedacht also ganz ehrlich wenn man anschaut in welche richtung die erde ja wenn du dann quasi aus der gegenüberliegende richtung auf die erde fällst dann kommt hier die erde entgegen oh hier kann ich irgendwas tun ich muss wieder schrumpfen ich bin in der kugel du musst mit mir flipper spielen wenn du musst noch wenn du ein und ausschalten ja aber da komme ich doch auch nicht weiter was ist denn mit dir nicht in ordnung ja jetzt kann ich jetzt kann ich mich bewegen ok gut wieder was weg machen was weg machen gut was weg machen oder oder auch nicht wieso nicht ich bin doch schon am rennen ich bin unterwegs ok ja ich muss nicht damit teleportieren ich hab dich da drin lustig ist das denn jetzt bewegen mich bitte auf die linke seite das ist nur das kam ich noch da und da bewegen auch noch hoch vielleicht mache ich so ich möchte jetzt gleich wieder irgendwo einsammeln kann auch noch hier nach oben weil bringt dir das was ich weiß nicht wo du bist ich bin jetzt auch hier ja hätte ich glaube nicht ausgemacht wärst du gerüstet aber belaupt mich rüstet keiner oh nein bleib hier so das letzte portal machen wir noch aus der ebene und dann ist vorbeiverheutung dann ist wieder vorbei vor heute leider leider aber so muss das leider sein so nehmen wir mal das war das letzte portal aus dieser ebene glaube ich ja wir können jetzt noch wieder kurbeln kommen wir kurbeln noch wenn der kurbler und meine kurbel ist gekurbelt denkst du noch an dir meine ist leer so aufwärts uuuuuh äh Also, das Spiel heißt... Ja, wo war's? So. Nee, werden wir nicht. Oh! Du entscheidest, wo man dreht. Okay. Ja, warte, warte. Stop, stop, stop. Jetzt musst du drehen. Jetzt musst du drehen. Zweimal. Und nochmal. Okay, perfekt. Und du? Ah, nee, da hoch. Ich seh's. Ja, schau du doch. Weil ich klein sein muss und da rein. Hier ist nämlich die Batterie, die wieder rein stumpfen muss. Jetzt müsste was funktionieren. Jetzt musst du irgendwas noch machen. Ach so, jetzt muss ich die Batterie laden. Ja, aber damit nicht. Oder? Oder doch? Doch. Oder doch? Ach, guck mal, das ist überall Kameras. Was ist los? Oh oh. Justin, wir haben ein Problem. Das ist doch der Film mit dem Männchen in deinem Kopf. Dein Gefühl, die da, die die Steuer. Oder? Was? Nein. Das kann nicht richtig sein. Ich meine, sie... Oder wieder am Rupert anies. Wir haben alle gesehen, was wir gesehen haben. Ja? Okay, aber... Was über ihr, äh, ihr Wörter? Oder ist er in der Zeit? Nein, genau. Was? Oh, das kann nicht richtig sein. Nein, nein. Das ist das Spacemunk-Gerchen-Gerchen. Er weiß nicht, was du sagst. Okay? Hey, let's just get out of this, this creepy place. Hey, hey, hey. How about, uh... Maybe we can, uh, beam ourselves back to Rome's from here. Niemals den Roten. Ja, ich wollte das sagen. Nie den Roten. Okay, es klingt nach Endgegner. Oh ja. Na gut, dann machen wir den Endgegner noch. Aber dann ist Feierabend. Aber was muss ich machen? Ah, also nicht... Woah, woah, Alter. Okay, ich... Ja, was denn? Ich dachte, du musst die Schalter drücken. Okay. Alter! Okay. Hier geht was. Ah, wenn ich die drücke... Dann schießt er sich selbst ab. Verstehe. Hey, wo weiß der nächste Schalter, der geht. Da hinten ist er. Muss zu mir kommen. Genau. Oh, wow. Warum mach ich es nicht einfach so? Arschlecken. Kann ich gern haben. Oh, er hat mich trotzdem erwischt. Obwohl ich Mr. Winzig war. Oh nein, oh nein. Auf deiner Seite. Geht weiter. Grüß dich. Hallo. Hallo. Okay, so. Schauen wir. Seid so cool. Bleib halt einfach klein. Oh nein, auf mich schießt er dann. Okay, ich darf nicht klein bleiben. Okay, ich darf nicht klein bleiben. Ich verstehe. Jetzt weiß ich mal. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Ich such's grad. Ich such's grad. Da ist es. Da ist es. Komm zu mir. Du bist am gegenüberliegenden Ende. einfach. Einfach. Okay. Nein. Fast. Fast gut. Nein. Stück rüber. Ja, nein. Ja, ja. Er muss bei mir gucken. Okay, was geht jetzt? Okay. Oh, ich muss groß werden. Ähm. Ja. Epsilon, du musst irgendwas machen. Ne, ich muss was machen. Ach, ey. Ach, ey. Hat der Donut kaputt? Oh, Mann lasst den doch nicht los. Von ich gar nicht. Ja, er hat's. Wamm, 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 wamm. Ok. Ende kann die Raketen zurückwerfen. Nein, ich fliege mit einer. Ok, und ich bin schon wieder tot. das ist so einfach das mal der rakete habe ich nicht ganz verstanden weil ich da wie ich die ja wenn das so einfach funktionieren wird damit schiebe ich den kaputt ok ich verstehe ok ich muss erstmal da hingehen ich bin drin was auch immer ich mache ich sehe nämlich nichts ok ok jetzt bist du klein oder was ok ich verstehe ich verstehe aber jetzt mal wie das hier drin funktioniert ich und jump and run super das ist genau falsch ok der bedient der bedient das ganze mit seinem schwanz das sehe ich zumindest ja würde es dir zeigen aber ich werde mich selber ok und hier ist ein hier ist ein fußpedal ok ok ich bin unterwegs bin unterwegs oh nein noch mehr laser ja das ist höher nochmal bei mir ja aber ich muss gegen die gegen die strömung rüpfen oh nein ich bin unterwegs auch ich verstehe jetzt was ich machen muss verdammt ok kacke Kacke! Nein! Okay, so nicht. Was geht denn bei dir ab? Alles gut. Alter, wie soll ich denn da durchkommen? Okay, ich hab's. Bin da jetzt zumindest durch. Okay, was passiert hier? Oh, du Scheiße. Ich hasse Jump and Run! Okay. Okay. Oh nein! Was? Was zum Teufel? Okay, wir... Okay, 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 okay. Okay, okay. Okay, alles gut. Alles gut. Ich bin kurz vorm Ende. Oh nein! Überlebst! Bam! Raus mit ihm! Jetzt fliegt er raus! Da ist er! Oh, stell dir vor ein bisschen, guck den doch einfach jedes Mal! Wie, du fliegst jetzt mit ihm weg? Hey, Mei! Was ist passiert? Get ready! I'm going after him! Hey! I found something! Oh, jetzt darf ich schießen! Don't touch anything you shouldn't! Yeah, just trust me! Keep in sight! Okay, jetzt schieße ich ihn ab! Jetzt bist du der Flieger und ich bin der Schütze! Ja! Ach so! Du steuerst meine Kanone! Richtig! Aber ich muss ihn ziehen! Hey! Ich weiß nicht wo der ist! Hey! Einmal abigen! Okay! Okay! Stop it! I'm Rose's ugly friend! She needs me! So, da klappen wir mal! Was ist mit der Darkseid? Hey, habe ich daneben geschossen? Daneben geschossen? Nein! Jetzt! Ah! Ah! Wir müssen dann auch aufhören, weil es ist jetzt echt so... Die anderen warten jetzt auf mich schon wieder! Ja! Ich kann dich nicht verraten! Ich bin dein bester Freund! Hallo! Sie hat noch nie mit dir gespielt! Okay? Du hast sie verraten! Komm schon! Achtung! Vielleicht können wir dir wieder Freunde werden! Hm? Du denkst so? Ja! Ich kann mich für Rose spielen mit dir wieder! Aber du musst uns helfen uns zurück zu ihr! Okay! Okay! Du musst promise, du nicht wirst sie kreien! Ja, ja, ja! Wir promise! Tell Rose, dass was alles passiert... Ja, ja! Ja, ja! So, die haben wir! Aber wenn ich hier in die Fenster... Äh, Armageddon finde ich eher... Armageddon! Ja, Armageddon! Ich hier in die Fenster! Sie ist oben da! Rose! Wer ist noch das Buch? Wahrscheinlich! Sie sehen uns nicht! Sie sehen uns nicht! Es sind Mom und Dad! Rose! Wir brauchen deine Hilfe! Okay! Wir müssen in den eigenen Körper zurück! Sie sehen uns nicht! Sie sehen uns nicht! Wir brauchen deine Teile! Wir brauchen deine Teile, um den Schmack zu brechen! Darlene! Sie können uns nicht fühlen! Wir brauchen deine Teile, um den Schmack zu brechen! Okay! Okay, das kriegst du mit! Hier ist der Schmack! Guck! Diese Schmack! Ja, ich glaube, was machen sie ja nicht. Das ist eine große Idee. Das ist eine große Idee. Ja! Okay. Was für schlechte Eltern. Ja. Ne, ist immer noch Story. Okay. Aber nur. So, und ja, das... Erstmal zurück zum Hauptmenü. Das war für heute It Takes Two. Ich hoffe es hat gefallen. Mir hat es sehr gefallen. Ich bedanke mich auch nochmal fürs Spielen hier. Und bei allen Zuschauern fürs Zuschauen. Äh, ich weiß gerade nicht, wie ich rauskomme. Aus dem Spielen. Dementsprechend seht ihr noch gerade, wie ich das Spiel verlassen? Alter 4 ist immer der Weg. Nein, Alter 4 meine ich nicht. So, dann würde ich sagen, äh, wir sehen uns spätestens am Mittwoch wieder. Was ich da spielen werde, weiß ich noch nicht. Und, ähm, ja, wann es mit It Takes Two weitergeht, werden wir sehen. Vielleicht morgen. Äh, danke für den Stream. Ja, Lisa, bitte, bitte, bitte. Und, äh, ja. Ich freue mich jedes Mal, wenn ihr dabei seid. Und, äh, ja. Jetzt wird es keine So-Power-Streams mehr geben. Osterf, Urlaub ist leider um. Aber ich werde trotzdem... ... ... ...